Hallöchen Leute, der Gryvan. Willkommen zur nächsten Runde von TFT mit dem neuen Patch. Und wir versuchen immer noch zu climben. Uh, die wollen bestimmt alle Yasuo haben, ne? Dann nehmen wir mal sie hier. Erstmal. Ich würde gerne eine Light Comp ausprobieren. Mit der neuen Senna, als Soulbound mit drin. So, der Bow müsste eigentlich gut helfen. Den können wir gut benutzen. Und dann suchen wir uns erstmal so die standardmäßigen Light Units vom Anfang zusammen. Und hoffen, dass wir da so ein bisschen durchs Early-Mid-Game durchkommen. Den kann man theoretisch auch benutzen. So, Luschen ist ja jetzt auch neu. Den können wir gleich auch noch mitnehmen, wenn wir ihn finden. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Äh, aber nochmal, wir haben schon mal Ocean drin erstmal. Und dann nehmen wir noch für ein bisschen Wumms ihn hier mit rein. Erstmal. Ja, ich hoffe ja, das war irgendwie ein bisschen was anderes finden hier. Können sogar auf Mage gehen. Wollen wir noch mitnehmen? Oh, das ist sehr gut. Äh. Schwing. Okay. Oh, das ist eigentlich schon so ein guter Mage-Start, ne? Und die Schwachsinn. Wenn wir noch Kindred brennen. Ich glaube, dann bleiben wir doch mal beim Mage. Oder? X-Tech. Spier auf Chojin. Ah, schwierig. Schwierig zu bekommen. Wir haben noch sonst keine anderen Light-Units. Droide hätten wir. Ich muss leider noch ein bisschen gucken. Oh, der hat schon 2 Level 2er. Und natürlich. Na gut, Predator ist noch nicht an. Schade, hat er noch rausgesaugt, ey. Hm. Was für eine Zeitverschwindung. Was für eine Zeitverschwindung. Ich würde eigentlich eigentlich gerne Light machen. Hm. Ich würde eigentlich gerne Light machen. Ich bringe den Tod. Ich bringe den Tod. Ne. Wir bleiben bei Light. Wir bleiben bei Light. Nein, lass ich von denen nicht ablenken. Das müssten wir trotzdem haben. Ja. So, wir bleiben mal so. Können eine Unit reinhauen. Machen wir ihn mal rein. So, die können wir auch benutzen. Wegen Luschen. Das heißt, die werden wir auch aufheben. Schutzengel brauchen wir nicht wirklich. Wir bräuchten theoretisch ein Spatula. Und dann haben wir später ein Problem. So, lassen wir erst mal so. Die können weg. Nein. Oh, ein Glück greift er ihnen an. Aber, ich hasse Predator. Wirklich, ey. So schlecht. Wirklich. Absolute Hass kommt. Wirklich. Da, da, da. Auch hier ein Spatula. Wäre ich bestimmt nicht kriegen, ne? Nehmen wir mal das hier. Können wir auf jeden Fall noch benutzen. Aus welchen mache ich nochmal? Light. Spatula und den. Okay. Das Ding hätte ich eigentlich auch gebrauchen können. Aber, nehmen wir erstmal, was wir kriegen können. Finsternis und Licht. Okay. Wir müssten aber eigentlich trotzdem recht gut durchkommen. Mal kurz mal mitnehmen hier. Obwohl wir theoretisch auch kurz vor Berserker sind. Und ich überlege mal, ob wir erst noch Berserker so reinmachen. Tütütütütü. 1, 2, 3, 4, 5. Der hat schon mal hochgelevelt, der Typ. So, kein Gold. Oh, dafür hat er den hier aber schon. Und selbstverständlich hat er Predator. Tod und Tod. Ach, ne. Also wirklich. Also wirklich das Einzige, was mir an TFT momentan absolut nicht gefällt, ist diese eine Kompia. Diese Jäger. So fucking broken. Ähm. Wir können, oder wir lassen es. Eigentlich hätte ich ihn hier sogar nehmen können. Oh. Dann hätten wir Berserk. Verlieren ganz schön viel. Wir machen mal so. Dann haben wir noch jemanden, den wir als nächstes reinpacken können. Schön wäre, wenn wir jetzt auch mal nicht so viel Leben verlieren würden. Wir müssen den einen noch tot. Ne. Nicht, wenn er sich ein 20.000er Schild gibt. Okay. Okay. So, das kann man ruhig so machen. Okay. Dann hätten wir schon mal Dreier Light in der Theorie. Aber ich glaube, mit den Berserkern bin ich momentan ein bisschen besser gestellt. Und theoretisch auch ein Guardian schon. Können wir es mal hier noch so kriegen. Das ist totaler Schwachsinn. Aber immerhin kommen wir über 30 Gold. Okay. Machen wir es mal so. Aionic Spark. Ne. Ich heb mir die Sachen auf. Da, 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 da. Na, er war so kurz vorzuhalten, ey. Es könnte aber klappen, obwohl er macht gleich alle beide kaputt. Und dann. Ach Gott. Es ist einfach so OP, wirklich. Puh. Aber gut. Wir haben eine Niederlagenserie. Das ist auch okay. Wir haben ein bisschen mehr Kohle. Das bringt uns leider überhaupt nichts. Verkaufen bringt uns auch nichts. Aber ich wüsste, ob wir das Guardian noch benutzen. Aber ich kann die anderen Sachen echt gut gebrauchen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Aber er hat auch schon eine krasse Vein. Okay. Wir haben die Losing Speak immer noch offen. Und haben noch nichts. Wir haben schon ziemlich viel Leben verloren. Aber es geht noch. Aber es wird jetzt langsam doch kritisch. So, da hilft leider auch nichts. Aber wir versuchen mit einem Level hochzukommen. Wüste, Frost, Wächter. Mystik. Wenn wir eine Luschen finden, dann würde alles schon mal ein bisschen besser aussehen. Und wir greifen alle den an, den sie nicht treffen können. Der ultet völlig in die falsche Richtung. Bäm. Na gut, wir kriegen bald 3 Gold. Okay. Vielleicht kriegen wir ein Spatula. Wohl er hier besser ist. Okay. Ich glaube, wir machen jetzt Light rein. Wohl wir damit ein bisschen besser fahren. Wohl wir hier Jorik gar nicht rein machen sollen. Was auch ziemlich merkwürdig ist. Die können wir später noch tauschen. Wegen Shadow wird das rein gemacht. Okay. Ich bin mir leid. Okay. Komm mitten jetzt hier mal. Na ja, er hat auch schon den. Wir müssen noch ein Level hochkommen. Wir brauchen Luschen unbedingt. Okay, haben wir schon mal Jax. Das ist auch okay. Wir müssen es leider so machen. Obwohl, hätten wir gar nicht machen müssen. Upsi. Ähm. Okay, machen wir mal so. Na, ich mach mal so. Vielleicht haben wir noch ein bisschen mehr. Wir sind alle noch Level 1, ey. Kommt schon rasiert er irgendwie durch, bitte. Oh, der hat... Das hat ziemlich reingehauen. Schade. Uns fehlt Luschen. Okay, da können wir abwarten. Luschen oder zumindest erstmal alle hier. Das Level up. Können wir ihn hier rausnehmen. So. Ah, il ist dort. wir müssen jetzt hier mal ein bisschen rollen ich bringe den tod so krasse sachen hier die ich aber eigentlich überhaupt nicht brauche das kann nicht wahr sein das ist übel schlecht leider wir verlieren zwar die niederlagenserie aber es ist wirklich okay so morelos können wir auch nehmen das ist sieg ist okay stand vorne ob sie jetzt muss man leider noch ein bisschen chillen oder ich gebe hier jemanden sieg ist schön das kann man nicht machen das kann man auch nicht machen bräuchte einen recurve bow die ganzen linien hier kein mensch durch oder ok das sieht doch schon mal besser aus nice da hat auch noch 1000 items hier hat sie noch nicht mehr benutzt so können wir leider auch nichts mit anfangen so wir bräuchten einen recurve bow ich weiß nicht ob es sogar hier nicht das roulette ist wo man denn schon fertige items kriegt muss ich nochmal gucken so mhm 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 jetzt fährt der luschen ey im letzten game 1000 luschen bekommen hier absolut gar nichts oder wenigsten dass alle hier level 2 sind das würde auch schon mal enorm helfen da guckt euch das an der hat die light da sind sie alle wir schießen hier alle auf den level 3 jacks und treffen nix widerlich ey wirklich widerlich er hat auf jeden fall die krasseste front line da ist eine luschen nein hier machen wir nami können wir sogar auch erst mal rein machen dann sieht man mystic die können wir dann sogar noch verkaufen mal gucken ob wir erst mal ihren item geben sobald war wir bräuchten master jee die können sie nicht rein nehmen aber dann was verlieren muss leider lassen es mal so mal gucken auch mal erst mal nicht jetzt könnte ich eigentlich doch namen hier rausnehmen verlieren leider immer noch ich werde mal eigentlich ihn könnten wir machen und ich bräuchte nur jacks nicht irgendjemand noch ein item ich glaube ich warte schon wieder zu lange das geht nicht gut aber wenigsten die eine runde müssen wir jetzt noch überleben irgendwie das ist sehr gut dann haben wir jetzt hier nochmal ein paar items das ist sehr wichtig den können wir reinpacken dafür so wir brauchen jetzt doch ein mystiker fuck mhm mhm britisch kindred würde auch helfen ich verstehe nicht wie der hier auf 6 light kommt der luschen längst links ok 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 wir müssen mal gucken was wir hier für items kriegen so das hilft nicht wirklich mmM können wir mal doppel senner machen Mhmhmhmhmhmhmh coupePD wir machen ihnen rein Ich kann gar nicht hingucken, ey. So, da haben wir Jorik. Der macht hier noch am meisten Schaden. Kann man eigentlich immer reinmachen. Krass, wie er sich gegenheilt, ja. Kriegst du nicht tot. Ist so dumm, wirklich. Eieiei. Okay. Das bringt leider alles nix. Zack, zack. Eine Runde noch. Senna macht wirklich echt viel Schaden. Mystik. Wenn wir einen Master Yi finden würden, ne. Das haben wir auch geschafft, wir sind hier, wir kommen langsam nach vorne, aber es ist echt knapp. Da ist ein Master Yi. Da ist ein Master Yi, aber wen machen wir da raus? Wir verlieren den 6er Light Bonus denn. Äh. Pack. Wen machen wir raus? Was? Wie gesagt, ich brauch den Shadow Bonus. Okay, das ist heftig. Ähm. So. Vier Schatten. Das bringt an sich nicht so viel. Wir könnten ihn rausnehmen. Toll, alter. Die Vein wurde komplett rausgenommen. Ich glaube, das war es leider. Au, 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 au. Au, au, au. Okay, wir müssen die Vein da wegnehmen. Machen wir mal ruhig ihn hier hin. Nochmal so. Der kann weg, der kann weg, der kann weg. Natürlich, wenn wir ihn noch nie bekommen, wäre natürlich richtig GG. Aber wir müssen jetzt so irgendwie durchkommen. Wie viel Schaden die Senna macht, ja. Ähm. Das Ding, ich glaub echt, wir geben's. Naja, wir geben's der Vein. Wie länger die durchhält, eigentlich müsste... Ne, die Senna macht den meisten Schaden, das gibt's ja gar nicht. Tch. Naja, komm, dann gehen wir's ihr. Obwohl sie schon... Ach, die haben alle schon recht viel. 85, alles klar. Hm. Ja, Master Yi Level 2 wäre jetzt nochmal so ein richtiger schöner Spike. Na komm, wir geben's der Senna. Ja. So, das ist unwichtig. Ingrid. Viele versuchen es. Ne. Ne. Naja. Die ist eigentlich Schwachsinn. Schade. Ne. Müssen wir so irgendwie durchkommen. Wir sind noch drin. Ich glaub, wir sind vierter eventuell schon. Oh, das sieht gut aus. Nice. Uh, der kriegt schon viel Schaden. Das reicht nicht. Schade. Okay. Okay, sieht aber gut aus. Kommt, gefällt mir. Ach, das geht noch einen Ticken besser, aber... Wie käme? Lol. Hm, da ist ne Senna. Wen meint dann mich? Hab ich gegen ihn vorher gekämpft? Schade, dass man es nicht mehr sieht, ey. Weil der hier hat doch gar nicht so viel Schaden. Ist die Senna, die bei mir hier so durchrennt, ey. Boah. Echt nicht gedacht. Nein. Deswegen hab ich ihn grad gespielt. Oh, vierter sind wir sogar noch geworden. Fuck. Der ist ne Sekunde später gestorben, der Typ. Ah, haha. Ah, schade. So, warte mal. Ich muss hier kurz Dings anmachen. So, wir sind Gold 4. Fast... Zwischen Gold 3 sind wir auch schon fast dran. Hm. Hm, hm, hm. Was hat der? Ocean... Ocean Summoner müsste er haben, oder? Ja. Vier Ocean Summoner. Ist auch nicht schlecht eigentlich. Gut, die versuche ich glaube ich mal mit als nächstes. Diese Summoners, die gefällt mir eh immer noch am besten. Irgendwie. Ja, das mit den Berserkern, das habe ich irgendwie aufgegeben. Das klappt irgendwie leider nicht mehr so. Ja, schade. Leider nur 8 Punkte bekommen, aber immerhin. Nicht verloren. Das ist schon mal hilfreich. So, ich bedanke mich immer fürs zu gucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, immer schön den Like-Button betätigen. Oder ein Abo dalassen. Da würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. Bye, bye.